Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Schätzfragen. Das war falsch, Peter. Wieso? Was geht ab, ihr geiles Schnittchen? Herzlich willkommen. Schätzfragen. Die letzte Folge und die bisher einzige Folge Schätzfragen wurde von Bram moderiert. Leider ist Bram sterbenskrank. Nein, nein, er ist nicht sterbenskrank. Da macht man keine Witze drüber. Bram ist krank einfach nur. Der hat Fieber. Bram ist schwanger. Jeder wünscht ihm die Pest. Bram wirft gerade. Er ist schwanger. Deswegen habe ich das jetzt hier heute vorbereitet. Er hat gerade drei Kinder in seinen Käfig eingesperrt. Drei Leute, die gegeneinander antreten, nämlich Sepp, Jay und Christian. Heute geht es um 13 Schätzfragen. Und wir sehen alle Antworten immer, die die Jungs geben. Wer am nächsten dran ist, bekommt den Punkt, wenn mehrere Leute gleich weit weg sind oder Treffen bekommen. Weiter den Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Simpelste Regeln possible. Wie viele Einsiedlerkrebsen möchte sich Jay kaufen? Oh, dann weiß ich drei Stück mindestens. Da weiß ich die Antwort leider nicht drauf, Jay. Und ich glaube, du wärst bei dieser Frage ein wenig bevorzugt. Dieser Einsiedlerkrebs. Ja, komm, okay, dann suchen wir das mal raus. Diese Einsiedlerkrebs-Geschichte ist so schön behindert. Ja, die passt aber auch perfekt zu Jay, weißt du. Dann ist er nicht mehr der trestlichste bei sich in der Wohnung. Was gibt es so vor Haustierungen? Deine Mutter, Alter! Weißt du, so Hundekatzen sind ja mittlerweile schon das absolut normalste. Das Einzige, was du bei dir zu Hause hältst, sind Wollmäuse, weil dein scheiß Staubsauger nicht mal funktioniert. Fuck you. Jetzt geh nicht auf Katja, die hat nichts in dieser Diskussion zu suchen. Aber wie gesagt, Hundekatzen sind ja schon langweilig, weil es mittlerweile sind ja auch Schlangen, Spinnen und so weiter in deutschen Haushalten angekommen und Jay überlegt. Die hat ein einzig Lackrebs. Die sind wenigstens cool. Die leben halt in ihrer eigenen kleinen Blase. Die Woche. Das ist halt super. Kommen wir zur ersten Frage. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Ganz kurz dazu sehen, Quelle ist die Webseite campusjäger.de und der Artikel ist angeblich vom Februar 2019, geschrieben von Kai Koch. Die Auswertung dazu ist auch aus 2018, also Weihnachten 2018. Das weiß ich nicht. Weil der Trend geht zum Plastikbaum. In dem Artikel von angeblich Februar 2019 steht die Frage, wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Und es steht eine Antwort da. Okay. Also es gibt ja 42 Millionen Haushalte in Deutschland. Ich formatier dir mal deinen Scheiß da richtig. Peter Rollkirch. Hab ich doch. Formatier dir den Scheiß da, will eine Frechheit hier. Das wurde mir so geliefert, ja? Das ist ja wohl eine Frechheit. Alle anderen haben das hingekriegt, dass da keine Eurozeichen mehr angezeigt werden. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Das wird mir so angezeigt. Okay. Bei Sebastian sehe ich noch keine Antwort. Wer von euch hatte denn alles in Weihnachtsbaum? Weißt du, wer hat das jetzt richtig formatiert, Peter Smits? Ja, was denn? Das ist doch eine richtige Zahl. Da steht kein Eurozeichen mehr. Wow. Ich glaube... Was ist denn dein Problem jetzt? Ja, hier, Komma-Null-Null. Ja, ist doch richtig, oder? Ja, fack dich. Was ist denn daran so schwer, dass der jetzt reingekriegt wird? Pass auf, Bram hat mir den Tipp gegeben. Kopier einfach das Feld rechts davon und füge dann auf das Feld ein. Hast zumindest das Euro schon mal raus. Mach mal Punkte, da muss ich keine Nullen... Oh, warte, warte, warte. Zahl. Wie viel Zeit haben wir eigentlich immer so, Peter? Ja, wir können ja... Achso, Leute. Nachkommastellen sind ja wichtig. Okay, habt ihr alle eingeloggt? Ja. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt. Tatsächlich haben wir einen genauen Treffer. Oh! Als ob. Okay, bin ich da wohl nicht mit meinen 90,01 Millionen. Ne, das ist richtig. Jay hat 90 Millionen getippt und das ist falsch. Sebastian hat eine Million getippt und das ist auch falsch. Das ist aber auch falsch. Was? Christian hat 30 Millionen getippt und das ist absolut korrekt. Bäm! So schätzt man Fragen, Leute. Ja. Es sind genau... Also, das heißt genau, die Antwort auf der Seite ist etwa 30 Millionen. Das habe ich vorher noch nie gehört, Jay. Das hat ja das nicht bei den Fans Fragen gehabt. Das hatten wir mal als Stichfrage, Jay. Und dass du dann 90 Millionen tippst, finde ich schon echt. Was ist das denn? Die Frage gab es schon? Das ist ja alles rigged hier und Peter sagt auch noch, einzig klar Krebs. Und dürfen wir nicht nehmen bei Jay im Vorteil an. Was haben wir denn gegeneinander? Das hatten wir gegeneinander und Pram hat das moderiert. Das heißt... Loll, das war Fame or Shame, was ich am Ende gewonnen habe. Das war unsere Stichfrage. Ja, das kann ich ja nicht wissen, Sepp, wenn da bei mir immer Sachen dabei war, Aber guck mal, wie wenig das geredet ist, wenn Jay... Oh, ich habe jetzt irgendwas gedrückt. Wenn Jay weiter weg ist als Sepp, obwohl er die Frage schon war. Das ist schon fairer Move, Jay, muss ich sagen. Das ist schon eins. Aber ist sehr fair. Also, ich würde sagen, Jay, das war sehr fair. Ich schenke dir gerne den Punkt. Kommt nachher noch eine Frage, da ist der Unvorteil. Wow, und wann bin ich im Vorteil? Ja, hier geht es gleich auch noch um Bier. Mein Gott, ey, wie viele Haare hat eine scheiß Katze? Okay, Frage 2. Im Jahr 2013 gab es in Deutschland ungefähr 15.000 Tankstellen. Wie viele Tankstellen gab es noch vor 50 Jahren, um das Jahr 1970? Um das Jahr 1970? Wie viele Tankstellen gab es 2013? 2013 gab es in Deutschland ungefähr 15.000 Tankstellen. Das ist jetzt wichtig, Peter, 1970 oder 71? Weil da war nämlich der große Pipeline-Export, der um das Jahr 1970 steht. Also, entweder waren das genau gleich viele, viel mehr oder viel weniger. Kannst du das nur noch vorlesen, Peter? Okay, ja, klar. Im Jahr 2013 gab es in Deutschland ungefähr 15.000 Tankstellen. Wie viele Tankstellen gab es noch 50 Jahre davor, um das Jahr 1970? Okay, 2013. 15.000. 15.000. Leute. Keine Ahnung, Alter. Ja, er ist ja schätzend. Hm. Schade, die Frage hatten wir noch nicht. Also, ich kenne die. Stichfrage in Fame or Shame, ey. Das ist aber nice. Also, boah, ist das witzig. Also, bist du genau auf das gleiche? Also, du hast dich schon selber rausgesucht, Peter, ne? Es gibt hier halt so eine Liste mit Schätzfragen. Ah, okay. Ah, da hat sich Bram dann einfach daran bedient von dem anderen. Ja, ja, ich weiß ja noch. Jetzt machst du dem ja alles kaputt. Ja, ja, also ich habe auf jeden Fall eine Stichfrage vorbereitet, für den Fall, dass wir gleich viele Punkte haben. Er hat schnell Schätzfragen gegoogelt. Die erste, die er gefunden hat. Geil. Erwischt. Exposed. Ja, gut, wie habe ich dieses Format heute vorbereitet? Ich habe Schätzfragen gegoogelt und den ersten Link genommen, den ich gesehen habe. Pizme deckt auf. Oh, wie viele Treffer hat Peter wohl gehabt auf Google? Das ist ja auch eine gute Frage. Also, wie viel, äh, Moment, Quatsch, wie viel? Habt ihr alle eingeloggt? Ja, ja. Okay, dann beginne ich mit dem niedrigsten Ergebnis. Das ist von Sebastian mit 7000 Tankstellen im Jahr 1900, äh, 1970. Also, deutlich weniger als im Jahr 2013. Jay sagt 7700. Auch deutlich weniger. Der einzige, der mehr sagt, ist Christian. Ja, die haben doch super viele Tankstellen immer geschlossen. Ja, aber es gab auch viel weniger Autos. Da sehe ich, genau, diese Denke, die Christian da rangeht, hatte ich halt auch im Kopf, weil wenn du... Es gab weniger Autos dazu. Super, also es gibt so viele Tankstellen-Skelette, nenne ich das mal, Gerippe, ja. Das ist unglaublich. Deswegen kann auch Christian echt verdammt richtig sein. Aber am Ende ist wahrscheinlich die Antwort 15.000. Genau, also ich, also ich kann mir beides vorstellen. Also klar, es gab weniger Autos, macht halt Sinn. Ich hab halt nur so ein bisschen daran gedacht, dass irgendwann die ganz großen, äh, Tankstellen-Konzerne, ähm, so Esso und bla, dass, dass die halt alle eingenommen haben, sozusagen. So, dass du, wie bei so einem Franchise, weißt du, ähm, quasi eine Esso-Tankstelle hast. Und früher war das eigentlich eine eigene. Ja. Aber das würde ja an der Anzahl der Tankstellen. Ja, aber, ne, äh, wie viel waren's denn? Also bei 15.000 würde Jay den Punkt holen, ähm, aber es sind tatsächlich noch mal doppelt so viele, wie Christian getippt hat. Nämlich 60.000. Viel mehr Tankstellen, also das Vierfache an Tankstellen als noch im Jahr 2013. Lag das daran, dass die, dass die Autos nicht so weit kamen und dass man deswegen dann so viele Tankstellen braucht? Oder die haben so viel Spritverbraucher-Punkt. Tatsächlich. Oder aber jede Bumswerkstatt hatte einfach eine Zapfsäule und hat sich Tankstellen auf. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, krass. Aber Papa, also ich weiß, Papa, also ich weiß, Papa hat das Auto früher einfach 300 Liter verbraucht, also das kommt wahrscheinlich runter zu Jay. Ja. Ja, stimmt. Okay, kommen wir zu Frage 3. Wie viele Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Das ist doch weniger geworden, oder? Haben die nicht angefangen rumzuheulen? Die Deutschen trinken nicht mehr so gerne Bier. Pro Kopf? Boah, wenn ich meinen Kopf nehmen würde, wäre ich schon mal bei so ungefähr vielleicht 10 Litern. Letzte Woche habe ich schon 6 Liter Fässchen getrunken. Wenn du das eine extrem wirst und ich das andere, ja genau. Dann haben wir 1.000, das wäre ja dann 500 im Mittelwert. Also im Jahr Liter Bier pro Kopf. Nee, 505. Genau. Pro Kopf im Jahr in Deutschland. Ich kann das nicht mal für mich ausrechnen, ey. Das ist so viel. Und dann auch noch im Durchschnitt mit den ganzen Leuten, die gar kein Alkohol trinken oder die Alkohol trinken, aber dann kein Bier, sondern... Aber Deutschland ist ein Bier. Und ich kenne auch noch welche, die je... Also die... Aber das ist richtig. Deutschland ist ein Bierland. Ziehen wir das mal auf mich selber, ja? In der Wochenkasten Bier. Ja, bei Schätzfragen immer einfach beim Bauchgefühl bleiben. Nie was ändern. In Litern, ne? Ja, ist korrekt. Also nicht in Tonnen oder so. Okay, habt ihr alle eingeloggt? Äh, ja. Die Antwort. Das ist mit Sicherheit rückläufig. Das sage ich euch noch nicht, denn ich sage erst mal, was ihr getippt habt. Chris hat am meisten getippt mit 250 Litern pro Kopf pro Jahr. Ah, wie ist mein England so? Jay tippt auf 178 Liter pro Kopf pro Jahr. Und Sebastian auf 72 Liter pro Kopf pro Jahr. Und die Antwort laut der Seite ist 100 Liter Bier pro Kopf pro Jahr. Wodurch der Punkt an Sebastian geht. Ich habe das doch dann nochmal gegoogelt, während ihr überlegt habt und bin auf die Seite Statista gekommen. Laut der sind es 104 Liter pro Kopf pro Jahr. Macht keinen Unterschied bei der Auswertung. Richtig, damit sind wir übrigens laut Statista, also mit wir meine ich Deutschland, auf Platz 1, 2, 3, 4 der Länder mit dem meisten Bier konsumt. Nein, England taugt hier gar nicht auf. Hä? England taugt gar nicht. Wollte auch gerade sagen. Tschechien ist Platz 1 mit 143 Litern pro Kopf. Ach, krass. Dann kommt erst mal lange nix, denn auf Platz 2 ist Namibia mit 108. Das heißt, da liegt schon extrem viel zwischen. Was gibt es denn in Namibia für eine Braukultur? Ja, eben. Namibia ist deutsches ehemaliges Gebiet. Ja, aber haben die da eigene Brau reinhüttet? Ja, ich glaube schon. Ich habe das schon geiles Bier getrunken in Namibia. Oder schütten die da einfach alles rein. In Namibia gehört dazu, wenn die Sonne untergeht, alle stehen und liegen zu lassen und sich erstmal ein Bier aufzumachen. Das war schon sehr sympathisch. Die Rassenmisse gleich Bier. Boah, ich glaube, da muss ich hinauswandern. Und den Sonnenuntergang zu zelebrieren, denn in der Savanne sieht er großartig aus. Das ist schon mal mehr. Auf Platz 3 ist Österreich übrigens mit 106 und dann kommen erst wir. Finde ich aber interessant. Also Namibia ist ein Kasten Bier pro Monat. Also kannst du es schon machen. Wie viele Menschen leben denn eigentlich in Namibia? Ich meine, das ist klar pro Kopf, aber keine Ahnung. Ich kann es mal kurz googeln. Ob das jetzt viele waren oder wenig, weiß ich überhaupt nicht mehr. 2,3 Millionen. Eher wenig würde ich sagen. Ja, ja, aber wenn du das auf pro Kopf rechnest, heißt das, die trinken ja schon echt viel Bier. Ja, da musst du aber auch nochmal rechnen, dass du da super viele Stämme hast, die da noch rum... Ja, die wahrscheinlich weniger Bier trinken tatsächlich. Ja, richtig, das heißt... Ja, deswegen sagen wir, du hast wenig Leute... Das sind in Anführungszeichen Herrenleute da. Ja, ist so. Die ganzen Rechte Deutschen, die da noch rum wurden. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Frage 4. Der Punkt ging an Sepp natürlich. Aktueller Zwischenstand. Christian 2. Sepp 1. Jane 0. Frage 4. Wie viele Piratenüberfälle gab es 2012 weltweit? Oh. Da ist Fluch der Karibik rausgekommen, oder? Ja. Ich glaub auch. Da gab es die ganze Nachahmer. Ich bin Jack Sparrow. Gib mir dein Schiff. Black Pearl. Ahoi. So, das ist eine Zahl, wo du einfach komplett blind tippen musst. Ja, das tippt. Das kann alles sein jetzt. Ja, das kann vierstellig sein, das kann zweistellig sein, das kann dreistellig sein. Ich weiß doch, dass die Reedereien irgendwann so alternativrunden machen wollten, beziehungsweise dass es super gefährlich ist, da an der afrikanischen Engstelle vorbeizufahren. Ja, also in Ostafrika, da in Zimbabwe rum, an diesem Zipfel von Afrika, da darfst du nicht mit dem Bötchen rumfahren. Da solltest du nicht mit deinem Kudder vorbeikuddern. Da sind die Piraten am Start. Ja. Aber jetzt ist die Frage, wie viele Piraten die Piraten bauen. Und also Piraterie ist da ja relativ simpel, ne? Okay. Also die kommen halt mit so einem Boot angefahren, dann kommen die auf dein Boot. Und wenn die Waffen haben, machst du halt einen Abgang. Ich klatsch jetzt mit meinen Fingern auf die Tastatur und guck, was rauskommt. TZM3. Okay, das ist ein bisschen viel. 4 Milliarden 878 Millionen. Jeder Mensch ist verdächtig. Piratengeschäft läuft, Alter. Ja, damit kann ich leben. Piratengeschäft läuft. Das ist für mich okay. Dann beginnen wir mit der kleinsten Zahl, die getippt wurde von Christian. 120 Piratenüberfälle. Dann haben wir Sebastian, 471 Piratenüberfälle. Und dann Jonathan mit einem kleinen Abstand. 5.614 Piratenüberfälle im Jahr 2012. Warum willst du nicht? Die Statistiken besagen, es waren 300. Und damit kriegt Sebastian den Punkt. Und gleicht aus. Die Dunkelziffer ist natürlich bestimmt höher. Ja, die habe ich getippt. Ja, genau. Und damit kommen wir direkt zur nächsten Frage. Die fünfte Frage. Wie viele Menschen in Deutschland nutzen ein Smartphone? Ach du Scheiße. Und auswählen nur iPhones zu, weil sonst ist man ja nicht smart. Sebastian, da steht kein Ja bei. Also gehe ich davon aus. Weil wenn das wieder 2012 ist oder so, wie gerade die Statistik. Dann würde da hoffentlich eine Zahl beistehen. Okay. Ja. Wenn selbst meine Eltern mittlerweile Smartphones benutzen. Hätte mein Schrottgehirn jetzt nicht verdrängt, die Kategorie, die wir mit den Anschlüssen hatten. Könnte man das wissen. Zählt das auch mit den Doppelten? Also ich meine, wenn man ein Arbeits-Smartphone hat und ein... Oder zählt das nicht? Klar. Sind das dann zwei Menschen? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja meine Frage. Wenn du zwei Handys hast, bist du dann zwei Menschen? Nee. Okay. Aber Jay hat nur zwei Finger. Das musst du bedenken. Okay. Oh lol. Na, ich lasse trotzdem. Ich habe ein Bild runtergedrückt. Immer den Bauchfühl lassen. Oh, sorry. Wie viel war das denn bei dieser anderen Umfrage? Das habe ich aber auch nicht mehr richtig im Kopf. Nee, ich habe keine Ahnung. Ähm. Menschen in Deutschland. Menschen, die gerade sich in Deutschland befinden, während die Schicksalistik aufgenommen wurden. Oder Deutsche? So viele Menschen gibt es in Deutschland. Peter, es gibt aber auch... Es geht um Smartphones, nicht um Handys, oder? Also ich habe hier einen Satz stehen, den ich euch vorgelesen habe. Ich kann ihn gerne nochmal vorlesen. Wie viele Menschen in Deutschland nutzen ein Smartphone? Fragezeichen. Alter, was stimmt jetzt hier nicht? Kann ich hier einfügen drücken? Ja. Also Tannenbäume waren ja schon 30 Millionen. Wie willst du das dann jetzt ableiten? Das würde mich mal interessieren. Ein Tannenbaum hat 2 Millionen Nadeln. Das in der Quersumme mal 30 Millionen in der 8. Wurzel ergibt... Nein. Ich verrechne ihn hier. In welchem Jahr sind wir denn, Peter? Okay. Ich habe hier einen Satz stehen. Der Artikel ist von 2019. Okay. Habt ihr alle eingeloggt. Das habe ich nicht verrechnet, ey. Hättest du jetzt gemacht, 2009 wäre es nicht so viel. Ja. Christian tippt am wenigsten. Der Christian hat am wenigsten Glauben in unsere Gesellschaft und tippt auf 25 Millionen. Die anderen haben halt noch so ein Nokia 3010, womit die Leute erschlagen. Ja, genau. Sebastian tippt auf 36 Millionen. Hat aber auch erst die Weihnachtsbaumanzahl. Die Sache ist halt, selbst Kinder haben mittlerweile Smartphones. Deswegen tippt Jay auch am meisten mit 45 Millionen 101. Oh, mein Opa hat zum Beispiel keins und meine Oma. Also meine Oma hat eins. Ihr müsst auch mal den Deutschen mehr vertrauen, Leute. Es sind nämlich über 54 Millionen Deutsche. Was? Die haben mich vertippt. Die haben alle ein Smartphones und die... Meinst du ja natürlich 54. What? So oder so kriegst du den Punkt, Jonathan. Ja, cool. I like it. Nur wegen den 101. Da sind bestimmt die Handys drin. Ja, ich wollte... Wer schon gedacht hat, irgendwer vielleicht mehr als 30 Millionen tippt. Und deswegen hatte ich Angst, dass jemand nachher noch wirklich... Ich hab nicht mal die Hälfte geschätzt. Ja, also ist schon deutlich mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich so getippt hätte. Wahrscheinlich nicht. Allein die ganzen Pokémon Go Spieler, die haben doch drei Handys. Ja, aber es ist trotzdem nur einer. Ist das ein Mensch oder sind das mehrere? Okay, nächste Frage. Wie viele gesetzliche Krankenkassen gibt es in Deutschland? Dazu ein Tipp. 1970 waren es 1815. Jetzt ist die Frage, ob das ein Tipp ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber ich sag es euch trotzdem mal, weil das steht hier bei. Aber wie viele gibt es jetzt in Deutschland gesetzliche Krankenkassen? Also, es gibt... Hä? Die AOK, die Technikerkrankenkasse. Gibt es denn noch? Also, ich komme auf vier. Bahama, glaube ich, gibt es noch? Ja. Das ist echt ein Problem. Wo bin ich denn? Keine Ahnung, Mann. Wirklich gar keine Ahnung. Ich bin bei der TKK. Also, ohne mit dem Tipp hast du mich jetzt komplett verunsichert, Peter. Mit dem was? Mit dem Tipp hast du mich komplett verunsichert. Ah, das tut mir leid. Weil, wie gesagt, mir fallen vier ein. Ich habe mir noch einen Brief geschrieben. Erst mal gucken, was da drin steht. AOK. Die haben mir bestimmt eine Statistik geschickt, wie viele andere Kassen es gibt. Alter, das wäre mega. Oh nein, stimmt. Oh, da zählen ja noch die. Oh, shit, ja. Was denn? Wer ist denn? Oh, shit. Oh, shit. Welchen denn? Was denn? Der Zusatzbeitrag sinkt und zwar doppelt. Guten Tag, das neue Jahr beginnt statt mit NIO. Sepp, was zählt denn noch dazu? Egal. Der bringt bis zwei Monate ein. Sag doch mal, zähl ich dir gleich. Nee, sag doch jetzt. Nee, kann ich nicht. Maa. Habt ihr alle eingeloggt? Nee, noch nicht wirklich. Ähm. Ich habe da schon drei Stück aufgezählt. Ja, ich habe vier aufgezählt. Ach so. Dann weiß er wie viele. Starten wir wieder mit dem niedrigsten Gebot. Sagen wir jetzt mal. Jay tippt auf 51. Krankenkassen in Deutschland. Nein, gar keinen. Oh. Christian auf 272. Ich hätte die zwei doch wegmachen sollen. Welche von den zwei? Die vordere oder die hintere? Die erste. Ah, okay. Und Sebastian tippt auf 1001. Weil... Christian, wenn du die erste zwei weggetan hättest, hättest du gewonnen, denn es sind 113. Fuck. Es gibt doch alleine von der AOK schon die 8000 verschiedene für jedes Bundesrat. Der Punkt geht da nicht. Jawohl. Krass. Also die wurden doch alle aufgekauft. Er hat sich einfach alle einverleibt. Es gibt auch, also ich frage mich gerade, es gibt alleine von der BKK, das weiß ich, ähm, auch mehrere, weil wir haben... BKK... Also es gibt auch... BKK-Basel. Es gibt schon eine BKK, die heißt dann BKK. Nee, die heißt nicht BKK, sondern die heißt dann... Das ist eine Firmenkrankenkasse. Und die sind dann im Verbund in der BKK mit drin, nennen sich aber nicht nur BKK, sondern BKK... Aber wenn die alle BKK sonst noch was heißen, dann zählen die ja vielleicht alle zu BKK. Ja, das war jetzt mein Tipp, dass die alle nicht zu BKK gehören. Das ist leider falsch getippt. Mein Bruder hat mal bei den Viktoria-Versicherungen gearbeitet, die wurden die Ergo aufgekauft und jetzt ist es die Ergo. So, jetzt sind auf jeden Fall 113. Finde ich auch schon krass. Hey, Moment. Die Zentrale ist doch also gar nicht so weit weg von hier. Düsseldorf? Ja. Möglicherweise. Dadurch haben wir jetzt einen Ausgleich. Alle haben zwei Punkte. Aha! Ja. Wie viele Fragen... Moment, wie viele haben wir? Zwo, vier, sechs. Es gibt noch sieben. Ja, wir haben hier heute insgesamt 13 Fragen. Und die siebte Frage bin ich jetzt froh, dass ihr alle Fußball interessiert. Oh, oh. Denn die Frage ist, wie viele Spiele absolvierte Franz Beckenbauer für die deutsche Nationalmannschaft? Die Frage hatten wir schon mal. Ernsthaft? Wir sind mir ziemlich sicher, dass wir die schon mal hatten. Irgendwo habe ich die schon mal gehört. Irgendwo habe ich die aber auch schon mal gehört. Bestimmt im Fernsehen. Oder ging es da um jemand anderen irgendwie um... Dann dürfte es ja kein Problem sein für euch, diese Frage korrekt zu beantworten. Ja, korrekt. Das ist so. Kannst du mir mal die Frage wiederholen? Peter? Wie viele Spiele absolvierte Franz Beckenbauer für die deutsche Nationalmannschaft? Mit- oder ohne Trainer sein. Ich glaube, genau die gleiche Frage hat Jay doch auch gestellt. Ja. Ich glaube, entweder habe ich die mal gestellt oder irgendjemand hat die mal gestellt. Ich kann mich an die erinnern, aber ich weiß nicht mehr die Antwort. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich die gewonnen habe. Deshalb tippe ich einfach wieder das Gleiche, was ich, glaube ich, das letzte Mal aufgetippt habe. Habt ihr alle eingeloggt? Bestimmt beim letzten Mal. Ja. Einen Schätzfragen. Auch du, Jonathan. Ja. Hä? Habe ich nicht? Nein, deswegen... Du hast nicht Ja gesagt im Vergleich zu anderen. Doch, doch, doch. Cool. Hatte Matthäus mehr oder weniger? War der nicht Rekordhalter? Matthäus hat mehr. Der hat ewig lang... Er hat ja noch 2002 gespielt. Am wenigsten getippt hat Christian mit 100. Dann kommt Jonathan mit 104. Oh. Und dann kommt Sebastian mit 137. Oh, das ist schlecht. Und es sind 103. Nein! Holy shit! Das Witz! Holy shit! Ganz knappe Nummer. Der Punkt geht an Jonathan William-Moritz-Apfelt. Konnte sich Jay besser dran erinnern. Nee. Ich weiß es. Irgendwo habe ich das mal gehört. Dein Unterbewusstsein hat es dir indirekt verraten. Das ist jetzt die Frage, wo ich im Vorteil war. Nee, die kommt jetzt als nächstes. Ah, nice. Aber mal gucken, ob ihr die nicht auch gehört habt. Also das muss ich irgendwann mal anfangen, hier on the fly neue Fragen auszusuchen. Wie lang ist der Begattungsapparat der 15 cm langen Bananenschnecke? Nein! Damit willst du mich als Vorteil sehen, du Affe. Ja, du bist Tierarzt. Was ist die Antwort? Möchtest du Meter haben? Kann ich mal, ähm, also wäre es erlaubt, irgendwie ein Foto von der Bananenschnecke mal zu sehen? Nein. Das wäre ganz interessant, ja. Die Antwort hätte ich gerne, also da die Schnecke selber 15 cm ist, hätte ich die Antwort gerne in Zentimeter. In Metern. Also es gibt ja dann auch eine Frau-Schnecke, die 15 cm lang ist. Moment, sind Schnecken nicht Zwitter? Oh, das stimmt. Ich gucke mir gerade selber die Bananenschnecke an, by the way, und sie sieht aus wie eine gelbe Schnecke. Nur damit ihr ein ungefähres Bild habt. Hä? Aber theoretisch, wenn es normal, also wenn es, wenn es, ähm... Der Begattungsapparat steht da, oder was? Ja, hier steht, wie lang ist der Begattungsapparat der 15 cm langen Bananenschnecke. Das ist tatsächlich jetzt ein Vorteil für den Tierarzt, weil, also, Jaded, das müsstest du mal erklären. Ich dachte immer, Schnecken wären Zwitter und die können sich selber hier... Ja, können sie vielleicht. Würmer sind doch Zwitter, oder nicht? Ja, macht die dann, macht die dann mit so einem Schlauch, macht die dann irgendwie eine Kurve, oder was, und steckt sich den selber hin. Ne, mit ihren Fühlern geht die in ihren Mund, und dann macht die und dann... Boah, Schnecken sind echt eklig. Ey, Peter, weißt du nicht mehr... Alter, Google mal nach Achatschnecken, die sind nice. Die hatte ich früher. Die 10 Fakten über Schnecken. Das war geil. Okay, Sepp hat bisher als Einziger noch nichts in seinem Feld stehen. Ich kann einfach damit nichts anfangen. Entweder... Also, entweder schreibe ich dat, oder... Dat. Ne, dat ist irgendwie... Ich glaube, dat ist... Tja, warum heißt die Bananenschnecke Bananenschnecke? Weil sie gelb ist. Ich dachte, weil die krumm ist. Ich glaube, weil sie gelb ist. Bananen sind... Ist das bei Bananen eigentlich wie bei Orangen? Sind Bananen eigentlich wirklich gelb? Ja, wenn sie 15 Zentimeter lang ist und gelb ist, dann ist es die Bananenschnecke. Das ist halt logisch. Jetzt ist die Frage, wie lang ist der Pimmel von der? Oder der Rest? Ist das bei Bananen nicht wie bei Orangen, dass die eigentlich grün sind oder so, und nur durch Bearbeitung die Farbe wechseln? Hä? Hä? Ja, ich habe aktuell auch... Orangen sind eigentlich... Ich habe letztens gelernt, dass Orangen gar nicht orange sind. Sondern? Grün. Du musst die erst mit irgendeinem Shitter bestäuben oder bespritzen, dann bin die orange. Weil die haben gesagt, in Brasilien oder so sind Orangen zum Beispiel grün, obwohl die reif sind. Krass. Okay, habt ihr alle eingeloggt? Ja. Ja. Also ich weiß, wenn ich Nacktschnecken auf dem Gehweg sehe, die da rumliegen, dann haben die einen riesen Pimmel immer. Ja, deswegen starte ich jetzt mit der kleinsten Antwort von Sebastian. Der nämlich tippt 0,89 Zentimeter. Ach, ist ja winzig. Jonathan ist da schon ein großer Sprung, obwohl er nur in der Mitte ist. Der auf 13 Zentimeter tippt. Also etwas weniger, als die Bananenschnecke tatsächlich lang ist. Christian tippt sogar, dass die Bananenschnecke einen längeren Begattungsapparat hat, als sie selber ist. Nämlich 16 Zentimeter. Weil das nämlich eine Fangfrage ist und die eigentlich das Ding so lang ist wie die, aber die kann auch nur ausfahren. Aber in was für eine Frau muss denn das Ding dann rein? Das kommt ja vorne wieder raus. Das frage ich mich tatsächlich auch, denn die richtige Antwort ist 80 Zentimeter. Ja, 80, siehste? Kann der 8 Schnecken gleichzeitig kosten, oder was? 100 Prozent der Körpergröße. Wie viel gleichzeitig kann der denn... Ey, Schatz, ich hab grad Bock auf Sex, ne? Musst dich nicht bewegen. Warte, dein Pimmel kommt gleich. Vor allem, wie schnell fährt der denn bitte aus? Schnecken sind ja nicht die schnellsten. Aber, also, Jay, kannst du mir das tatsächlich mal erklären? Ich google gerade. Nein, ich soll dich halt erklären. Schnecken wären Zwitter. Ja, steht ja, also Bananenschnecken. Ich hab selber Wikipedia eintragt. Die Arten der Gattung Areolimax sind Hermaphroditen, wie übrigens alle landlebenden Lungenschnecken. Bei der in der Regel wechselseitigen Befruchtung fungieren sie sowohl als Weibchen als auch als Männchen. Ah, okay. Aber auch Selbstbefruchtung ist möglich. Aber auch Selbstbefruchtung ist möglich. Und in manchen Arten der Gattung weit verbreitet. Alter, Schnecke sein muss doch mega geil sein. Du kannst einfach mit allem und jedem Sex haben, inklusive dir selber. Hahaha. Das ist doch mega. Ja, Mullet ist doch gar nicht so schlecht. Der ist richtig gut am Start. Wir haben aktuell einen Punktestand von Jonathan drei Punkte, Sepp zwei Punkte und Christian drei Punkte. Und wir kommen zur neunten Frage. Wie viele Menschen leben in China? 2018? Legale Menschen? Die aktuellste bei Wikipedia verzeichnete Zahl. Zusammengerechnet hat eine Bananenschnecke auf jeden Fall noch mehr Penismasse. Wir sind 25 Milliarden Leute auf dem Planeten. Und China ist ungefähr die Hälfte davon. Bald alles. Also zwölf Milliarden Menschen. Ja, das geht doch. Nee. Da ist, da ist an. Was kommt denn nach Milliarden nochmal? Trillionen? Trilliarden? Nach Milliarden kommt zu viel. Also es gibt auf jeden Fall zu viele davon. Das Land, das platzt aus allen Nähten. Ja, das stimmt ja nicht. Die haben ja ganz viel Platz eigentlich. Ja, zumindest die Städte, die eskalieren ja völlig da. Die haben ja eine übelste Landflucht. Jay hat bisher noch nix getippt. Ja, ist richtig. Wäre auch ganz schön bescheuert, wenn ich hier einfach... Alter, kannst du bitte gucken, dass du so schnell wie möglich deine Einsiedler-Krebse hast, damit wir endlich mit denen orakeln können. Also bis zur nächsten WM auf die... Ne, EM. Also auch so Schätzfragen, weißt du, so der Einsiedler-Krebs, weißt du, den lässt der vorne links oder rechts laufen? Ja. Dann machst du da so ein Tor in das Terrarium. In die eine Ecke legst du, keine Ahnung, das eine Leckerli, in die andere das andere. Dann machst du dann noch Faggin. Was fließen die eigentlich? Alles. Oh, cool. Geil. Müllverwerter. Korrekt. Okay, ich habe drei Antworten. Die niedrigste Antwort von Sepp mit 1,1 Milliarden. Oh. Da haben die Inder doch schon mehr. Da kommt Jay, 1,3 Milliarden 100. Und dann kommt Christian mit 2 Milliarden. Haben die die 2 Milliarden Marke... Ich glaube nicht ganz... Ich wollte so 1,8 Milliarden tippen. Wir haben doch letztens nachgeguckt, die Inder haben irgendwie 1,3. Haben die Chinesen nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. In der Volksrepublik China lebten im Jahr 2017 1,386 Milliarden Menschen. Ach, du fickt mich doch hart, ey. Jawohl. Hey, ey, mach dir mir das kaputt hier. Die mit ihren Verkackten, mach dir nur ein Kind gesitzen. Die sollen mal wieder Gas geben. Damit du recht hast bei Schätzfragen. Natürlich. Okay, Frage 10. Ach, wie komme ich denn da auf? Wie viele Satelliten befinden sich im All? Aktiv oder inaktiv? Aktiv, genau. Wie viele Satelliten befinden sich im All? Boah, ey. Das sind ja alles für Schätzfragen. Das ist alles wischi waschi hier. Wie soll man denn so schätzen hier? Ich gucke noch mal nach. Nein, das ist eine exklusive Premium-Statistik auf Statista. Ich habe noch nie verstanden, wie reliable eigentlich dieser ganze Statista-Kram ist. Ich habe manchmal so das Gefühl, das ist so wie Google. Die durchsuchen quasi Statistiken und machen daraus irgendwie ihre Tabelle oder so. Ja, willkommen zu Wer bietet mehr. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es aktiv ist oder nicht. Selbst bei Statista steht es nicht bei. Oh, da muss ich nochmal korrigieren. Aber wenn du mal anfängst, so 1960 oder so, bis heute dürfte da ziemlich viel Scheiße rumschwirren. Ja, und die haben ja auch total die Probleme, also es gibt ja mittlerweile auch eigene Gremien dafür und Arbeitskreise. Wie bekommt man den Weltraummüll weg, damit halt die aktuellen Satelliten nicht von dem Schrott der alten Satelliten getroffen werden und zerstört werden. Einsiedlerkrebs, ja die fressen alles. Ohne Scheiß, wir schießen einfach eine Million Einsiedlerkrebs ins Weltall und die fressen den Müll ab. Einsiedlerkrebs ist echt die Lösung für alles. Das ist gut. Wir brauchen noch mehr Einsiedlerkrebs auf Mülldepotieren. Die machen auch keinen Unterschied aus Sowjetsatelliten, Amerikanersatelliten und weiß ich was. Sind die nicht nur so groß wie so ein Daumen? Kommt drauf an, wenn du den Palmendieb nimmst, der wiegt zwei Kilo. Ja, okay, also jetzt würden wir den Mauten der Einsiedlerkrebs mal weglassen, ja. Ja, dann sind die nicht so groß. Zeitpunkt ist übrigens 30. April 2018. Ja, dann muss ich bestimmt noch ein T hinzufügen. Ein T? So. Okay. Tausend? Das ist der Spaß, die Jay. Okay, pass auf. Folgende Tippung haben wir. Christian, tausend Satelliten. Sebastian, 1234 Satelliten. Und Jay, 958 Satelliten. Wie kommen wir denn alle auf ungefähr tausend? Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Die richtige Antwort ist, laut Statista, 1886. Und damit geht der Punkt an Sebastian. Ja, aber kack ihr da nicht in der Mitte gewinnt. Alter. Davon stellt übrigens China 250 Satelliten. Ich weiß nicht, warum das hier nochmal extra weich steht, aber das steht hierbei. Weil das vielleicht die meisten Satelliten mittlerweile haben. Aber bei 1800 sind 250 die meine, wer weiß. Ja, aber jedes Land hat doch da seine eigenen Dinger. Okay. Frage 11. Es sind nur noch drei Fragen insgesamt. Aktueller Punktestand J4, Sepp3, Chris3. Alles noch drin. Frage 11. Wie viele Scheidungen gab es 2013 in Deutschland? 2013 war ein gutes Jahr, glaube ich. Das waren nicht so viele. Also da ja die Statistik aufgestellt wurde, jede zweite Ehe geht in den Arsch. Sollte man am besten gar nicht heiraten? Aber das ist doch was schon ist, aber nicht. Aber nur am Hochzeitsabend. Okay, also. Boah, das weiß ich nicht. Könnte stinken, will. Da die ja auch ständig alle mehrfach heiraten. Und sich wieder scheiden lassen. Ja, ja. Also das ist ja. Ich kann ja nicht mal schätzen, wie viele Menschen im Jahr heiraten. Das musst du hier zum Glück auch nicht schätzen, Christian. Man muss natürlich aber auch dazu, also man muss natürlich dazu sagen, also heiraten wäre auch schwieriger, weil eine ganze Menge werden ja auch verheiratet. Ja. Die wollen ja eigentlich gar nicht. Zählt Ehepartner umbringen passiv als Scheidung? Ja, eigentlich schon, also rein, du hast dich dann von ihr geschieden, also. Sie war mir im Weg. Sie ist von dir geschieden. Ja. Also. Ach, keine Ahnung. Das kann ich nicht schätzen. Aus dem Leben geschieden. Das finde ich ganz schwierig. Das ist schwer, die Frage. Ich habe auch so gar keine Ahnung. Ich habe mich wahrscheinlich komplett verschätzt. Also, wir nehmen mal. Ich wüsste nicht mal, wie viel stelle ich. Ja, also deswegen, ich kann ja nicht mal schätzen, wie viele Leute überhaupt heiraten. Wenn jede zweite Ehe in den Arsch geht, dann ist das eh. Ja, richtig. Aber die Frage ist, wie viele, genau, wie viele sind denn überhaupt verheiratet? Dann müsste ja nach dem, was Sepp sagt, müsste ja dann quasi das Doppelte von dem, was ich geschätzt habe, an Hochzeiten im Jahr stattfinden. Bei 30 Millionen Bäumen, die verkauft werden, gehe ich davon aus, dass wir 30 Millionen Familien sind. Davon sind dann vielleicht die Hälfte verheiratet, sind das 15 Millionen. Das heißt, 7,5 Millionen? Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es ja auch Familien, die gar keinen Baum holen, Jay. Finde ich. Aber du musst ja auch berechnen, die Familien, also von den 30 Millionen Bäumen und 30 Millionen Familien, die es gibt, sind die ja auch schon länger aktiv. So eine Ehe, also die bleiben ja, keine Ahnung, 15 Jahre zusammen. Das muss noch runterbrechen. Das heißt, ich muss die 7,5 durch 15 rechnen. Äh, ne, die 15 durch 15. Ja, aber jede zweite Ehe geht doch kaputt. Die 30 durch 15? Fragen wir Google. Genau, die 30 durch 15. Aber dann kann ich doch... Ne, 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 ne. Die 30, wir machen... Wir sagen, pass auf, wir arbeiten zusammen. Na, 30 Millionen Bäume. Ja. Das heißt, wir sagen, okay, 15... Peter, Peter, kannst du mal das Teambuilding hier unterbinden? Du kannst ja zuhören. Das bedeutet, du hast 15 Millionen Ehen. Weil du bist ja immer... Ne, Moment. Ne, ne, ne. Die sind ja 15 Jahre zusammen. Das heißt, in einem Jahr heiraten... Ähm, ja, nur alle... Also, die... Okay, sagen wir, wir haben... Sagen wir, wir haben 20 Millionen Ehen. Da kann man einfacher rechnen. 20 Millionen Ehen. So, und bei 20 Millionen Ehen haben wir dann jede zweite geht kaputt. Das heißt, das sind 10 Millionen, die kaputt gehen. Und die dann auf 15 Millionen runterrechnen. Das heißt, es kommen auf irgendwas von 750.000. Ja. Ja. Alles klar. Da bin ich aber gespannt, wie falsch ich bin. Habt ihr eingeloggt? Ja, ja. Okay. Die niedrigste Antwort kommt von Christian. Christian? Ne, das stimmt überhaupt nicht. Sorry, ich hab das als Komma gelesen. Die niedrigste Antwort kommt von Sebastian. Ne, stimmt gar nicht. Jetzt hätte ich ja nur 4.000 da stehen. Jetzt spielt doch nicht so mit unseren Gefühlen. Jay tippt 299.000. Äh, hin. Ach, du Scheiße. Jay, wo sind denn die 750.000? Ja, ich hab erst... Die sind alle bei mir. Das Bauchgefühl. Immer das Bauchgefühl. Das, was ihr nicht getippt habt, ist alles bei mir gelandet. Sepp tippt auf 450.000. Ja, einfach Quatsch, Alter. Im Jahre 2013. Und Christian? Oh Gott. Christian ist der Zyniker vor dem Herrn und glaubt, 4.000.000 Ehen wurden im Jahr 2013 geschieden. Holy moly. Ich wollte nicht in der Mitte sein, weil das scheiße. Wenn jetzt irgendwie so 3.000.000 kommen, dann wäre gut dabei. Ja, ne, das kommt keine 3.000.000. Und Christian, das sind 170.000 Ehen. Damit gewinnt der, der am niedrigsten getippt hat, obwohl es immer noch viel mehr ist als die Wahrheit. Und das ist Jay. Scheiße, aber der Jay gewonnen, wa? Nein. Ja, alles drin aus der Rhin für euch. Es gibt noch zwei Fragen. Es gibt noch zwei Fragen. Und ihr könnt noch, also beide. Ich dachte, wir hätten nur noch eine. Einer kann doch gleich ziehen. Es gibt auf jeden Fall den letzten. Ja, ich dachte, es gibt quasi nur noch eine Frage. Nope, nicht richtig. Zwölfte Frage kommt jetzt. Beide mal dasselbe und gewinnt immer. Wie viele Apps wurden in Deutschland im Jahr 2012 heruntergeladen? 2012. Wie viele Apps? Alter, keiner. Von mir drei. Wie viele Smartphone-User gab es? Es gab 45 Millionen, ne, 54 Millionen Smartphone-User, ne? Das heißt... Das heißt... Aber nicht 2012, nur zuerst. Achso, die Umfrage war 2012. Die Nummer mit den Apps ist 2012. Ja, ja, das meine ich. Hä, da gab es aber gar keine richtigen Smartphones. Wie viele Apps wurden in Deutschland im Jahr 2012 heruntergeladen? Was ist das für eine dumme Umfrage, ey? Das ist gar keine Umfrage. Das ist eine Statistik. Statistik. Ja, die fragen ja... Ah, ne, die fragen nicht, Leute. Ich glaube, die nehmen einfach Daten. Nehmen wir einfach die Quersumme davon, dann sind wir da. Wie viele Apps habe ich auf dem Handy? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, das sind viele. Boah. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß das ganz genau. 2012 ist halt noch recht früh, ne? Boah, das ist schon ein paar Jährchen her. So sieben. Warte. Doch. Habt ihr allein gelocht? Nur in Deutschland, ne? Ne, warte mal. Das ist falsch, wenn ich dir gerade rechne. Ne, ist richtig. Ja, Peter. Nur in Deutschland, lieber Sebastian. Das ist korrekt. Ändert das noch was an deiner Zahl? Ne. Aber ich wollte doch mal sicher gehen. Hm. Warte. So. Okay. Geringste Zahl kommt von Christian. 120 Millionen Apps. Sebastian tippt auf 400 Millionen Apps. Okay. Und Jonathan tippt auf 1 Milliarde 100 Apps. Uh. Ja, aber rechne das doch mal hoch. Ja, ist okay. Wenn du 50 Millionen hast, pro Handy hast du ja 10 Apps mindestens. Dann bist du ja schon bei 500 Millionen. Ja, das ist richtig. Jay hat auch am besten gerechnet. Es sind sogar noch deutlich mehr. Es waren 1,7 Milliarden Apps. Krass. What? Und damit hat Jay den Sieg gesichert. Gibt's it? Oh, da muss man wieder gucken. Es ist die Frage, ob es wer auf den letzten Platz kommt oder ob Jay ihn noch weiter ausbaut. Denn es gibt noch eine letzte Frage. Und die ist wie folgt. Wie viele Artikel gibt es 2014 in Wikipedia? What? Aber eingeloggt. Okay, wir haben jetzt über 20.000 Videos. Wie viele Artikel schaffen die Leute? 2014. Da war Amazon ja noch sehr klein, deswegen tippe ich so. Achso, Wikipedia Deutschland oder komplett? Wikipedia steht hier. Okay. Boah, das ist ganz schön schwierig. Wieso habe ich an Amazon gedacht? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe voll an Amazon gedacht. Wenn die in Amazon gehören würde, müssten die nicht laufend betteln, dass die noch Spenden brauchen. Nein, nein, nein. Okay, ja, whatever. Ich habe keine Ahnung. Das ändert aber auch an meinem Tipp nichts. Ob das Amazon oder Wikipedia ist, das kann doch pizmeet.de sein. Also es gibt ja drei Millionen Milliarden Menschen und davon alleine hat doch jeder einen Artikel, oder? What? Jeder hat da seinen eigenen Wikipedia-Artikel geschrieben, oder nicht? Glaube ich nicht. Wir werden nicht mal eigenen. Christian, das sieht so aus, als würdest du noch editieren. Stimmt das? Hm. Okay. Wenn die anderen zwei fertig sind, sage ich mal Bescheid. Dann schreibe ich weiter. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch noch mal was geändert. Nicht ändern. Bauchgefühl. Ja, doch. Nee, nee, nee. Ich habe, hätte ich vorhin immer ein bisschen, ein bisschen mehr getippt, hätte ich immer gewonnen. Schlechtes Bauchgefühl. Okay. Genau. Alle haben eingeloggt. Und Jay tippt die niedrigste Anzahl. Jay sagt, ein Artikel. Ich denke vor allem, Jay möchte, dass es zwischen den beiden entschieden wird. Wow. Wer kriegt den letzten Platz? Christian tippt am zweitniedrigsten mit zwei Millionen Wikipedia-Artikeln. Und Sebastian, egal, egal, wo du bist, Christian, egal, ob du der mit den meisten, den mittleren oder am wenigsten bist, du sagst immer dann Scheiße. Ja, weil ich da kein Gefühl für hatte. Sepp tippt am meisten mit 150 Millionen. Die richtige Antwort sind 30 Millionen. Nein, dann hätte man richtig gewinnen. Christian, wenn du nicht geändert hättest, hättest du den Punkt geholt. Bauchgefühl verlass mich nie. Wusste ich das. Und damit haben wir einen Endpunktestand von Sebastian drei Punkten, Christian vier Punkte und Jonathan sechs Punkte. Ich bin nur 28 Millionen Artikel daneben gewesen. Aber der dran. Und das war wieder eine schöne Folge Schätzfragen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt ihr Tipps für weitere Schätzfragen? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.